Kannst du das richtige Logo erkennen? Ich zeige euch jetzt gleich 8 verschiedene Logos und hier muss entscheiden, ist das rechte richtig oder das linke. Wer es schafft, mehr als 5 richtig zu haben, muss den Kanal abonnieren und wer nicht, lasst den Daumen nach oben da. Okay, wir starten rein mit Puma, Freunde. Links oder rechts? Was sagt ihr? Definitiv, aber trotzdem links. Das linke. Let's go, Junge. Okay, NASA. Wo ist der Unterschied? Wo ist der Unterschied? Bro, ich sehe es nicht. Adi, das ist easy. Das weiß jeder. Links. Ganz locker links. Coca-Cola. Auch easy. Links. Ja, okay. HP, oh mein Gott. Ich glaube rechts. Filz-Logo. Bro, keine Ahnung. Links. Auch wieder falsch. Rolex. Ich muss es kennen. Rechts. Oh, jetzt kann der, Junge. Okay, und Lacoste. Also Lacoste. Keine Ahnung. Links.